Verständigung Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Sprechen Sie Deutsch? Ich spreche nur Tschechisch. Ich spreche nur Tschechisch. Ich spreche nur Tschechisch. Ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Ich spreche nur ein bisschen Deutsch. Ich spreche lieber Englisch. Ich spreche lieber Englisch. Ich spreche lieber Englisch. Ich spreche Englisch. Ich spreche Bulgarisch. Ich spreche Bulgarisch. Ich spreche Tschechisch. Ich spreche Tschechisch. Ich spreche Dänisch. Ich spreche Dänisch. Ich spreche Französisch. Ich spreche Französisch. Ich spreche Holländisch. Ich spreche Holländisch. Ich spreche Italienisch. Ich spreche Italienisch. Ich spreche Italienisch. Ich spreche Englisch. Ich spreche Englisch. Ich spreche Englisch. Ich spreche Deutsch. Ich spreche Deutsch. Ich spreche Norwegisch. Ich spreche Norwegisch. Ich spreche Norwegisch. Ich spreche Polnisch. Ich spreche Polnisch. Ich spreche Portugiesisch. Ich spreche Portugiesisch. Ich spreche Rumänisch. 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 Ich spreche Spanisch. 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 Ich spreche Schwedisch. ich spreche schwedisch ich spreche schwedisch ich spreche türkisch ich spreche türkisch ich spreche türkisch verstehen sie mich ich verstehe nicht ich verstehe nicht ich habe nicht gut verstanden ich habe nicht gut verstanden ich habe nicht gut verstanden Ich verstehe ein bisschen. Sprechen Sie langsamer. Sprechen Sie langsamer. Bitte sprechen Sie nicht zu schnell. Bitte sprechen Sie nicht zu schnell. Ich habe nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Ich habe nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Ich verstehe fast alles. Ich verstehe fast alles. Sagen Sie es mir noch einmal, bitte. Sagen Sie es mir noch einmal, bitte. Ich habe Ihren Namen nicht richtig verstanden. Ich habe Ihren Namen nicht richtig verstanden. Was bedeutet dieses Wort? Was bedeutet dieses Wort? Wie schreibt man das? Wie schreibt man das? Können Sie mir das erklären? 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 Wie sagt man auf Deutsch? Wie sagt man auf Deutsch? Wie sagt man auf Deutsch? Ist das klar? Ist das klar? Wir würden einen Dolmetscher brauchen. Wir würden einen Dolmetscher brauchen. Danksagungen Das ist eine Kleinigkeit. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Ich danke Ihnen vielmals. Ich danke Ihnen vielmals. ich danke ihnen vielmals wir danken ihnen im voraus wir danken ihnen im voraus wir danken ihnen im voraus ich bin ihnen sehr dankbar ich bin ihnen sehr dankbar ich bin ihnen sehr dankbar sie sind sehr liebenswürdig sie sind sehr liebenswürdig sie sind sehr liebenswürdig ich bin ihnen sehr verpflichtet ich bin ihnen sehr verpflichtet ich bin ihnen sehr verpflichtet ich danke ihnen vielmals für ihre hilfe ich danke ihnen vielmals für ihre hilfe ich danke ihnen vielmals für ihre hilfe gern geschehen gern geschehen gern geschehen gern geschehen vielen dank vielen dank vielen dank vielen dank vielen dank Untertitelung des ZDF, 2020